Fühlst du dich manchmal missverstanden? Vielleicht wirkst du unbewusst einschüchternd auf andere. Diese Eigenschaften können der Grund dafür sein. 1. Du trittst selbstbewusst auf. Ein selbstbewusstes Auftreten ist positiv, doch kann schnell arrogant und einschüchternd wirken. 2. Du lächelst selten. Hast du schon einmal von dem Resting-Bitch-Face gehört? Hierbei sehen Personen meist genervt, müde und uninteressiert aus. 3. Du kommunizierst direkt und klar. Wenn du dich oft sehr direkt und klar ausdrückst, ohne viel Platz für Smalltalk und Emotionen zu lassen, kann das bei manchen Menschen unnahbar rüberkommen. 4. Du hältst intensiven Blickkontakt. Auch wenn es als respektvolles Zeichen gilt, seinem Gegenüber bei einem Gespräch in die Augen zu schauen, kann das auch aufdringlich oder sogar gefährlich wirken. 5. Du bist sarkastisch. In manchen Situationen kann Sarkasmus auflockernd und sympathisch wirken. Wenn man es allerdings zu oft macht, kann das als Kritik verstanden werden oder auch generell einschüchternd wirken.